Meine Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler, vor ein paar Jahren hätte kein Mensch geglaubt, dass es zu so einem Boxkampf heute hier kommt. Und ich möchte heute Abend den Gläden an Dutzend Mädchen bei allen herzlich zu bedanken, die in den letzten Jahren den Boxsport in Hasbro wieder nach oben gebracht haben. Ich möchte mich bei Herrn Berowski bedanken. Ohne ihn hätte es, nachdem damals das Raum insolent gegangen ist, eigentlich den Boxsport nicht mehr gegeben. Ich möchte mich beim Fotografer herzlich bedanken für sein Engagement im Hasbro und Boxsport. Und ich habe heute Mittag in Oshülze die Mannschaft aus Sarajevo schon kennengelernt. Es sind unheimlich nette und schöne und liebe Boxsportler. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön, dass es heute zu diesem Vergleichskampf gekommen ist. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren diese Halle platzen wird von Zuschauern. Es ist heute Abend schon unheimlich schön, wenn man sich so umguckt, wie viele Menschen heute Abend da sind. Und ich glaube, in einem halben Jahr platzen die diese Halle vorzuschauen, weil ich glaube, dass wir heute den Boxsport hier in Hasbro machen, dass sie engagierend weiterarbeiten und viele Menschen wieder an die alten Traditionen von Hansi Kaltenfeld und Walter Mögos erinnern. Zwei Boxer, wo ich heute mich noch vor Verehrung verneige, bei allem, was sie gemacht haben in der Vergangenheit, wie viele Kämpfe sie gemacht haben, das war schon unheimlich schön. Hasbro ist Boxsport, Mittelpunkt und besonders auch wieder mehr. Herzlich Willkommen alle Sportlerinnen und Sportler aus Rajevo. Herzlich Willkommen unter dem Hasbro Sportler. Ich wünsche Ihnen und Ihnen einen wunderschönen Abend mit vielen spannenden Kämpfen. Vielen herzlichen Dank. Applaus Wir sind hier im Zusammenhang mit einem einleitenden Wortteil. Wir werden jetzt noch kleine Gastgeschäfte überreicht an den Schöftrainer, die bitte ich auch recht herzlich zu begrüßen aus Bosnien und herzlich willkommen ab. Applaus 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 Und was natürlich auch nicht geht. Wer ein Hasbro ist, der bekommt natürlich auch Medizindeschein, nämlich den Doppelbauerer. Ein Maßgenossen ist ein unheimlich gut für die Nicht-Vorber-Rajevo. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Applaus Applaus Und wir haben heute wieder schon vor Einmal, im nächsten Jahr sehen wir uns alle in Sarajevo. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020